Ja Kleine frage ist bei dir die brücke unten ich bin auch im ladebildschirm Das habe ich mir gedacht Ja gut dann lässt her mit cage geöffnet was ist gerade passiert Alles klar Da war aber nicht da wofür wir jetzt hingekommen sind so irgendwer muss die dungeon sein der eingang beide gegner ja die sind jetzt mit dem easy Lacht uns mal durch Lichtloses gehölz Na guck mal wie das hier so funktioniert und überhaupt Ich habe keinen schlüssel dafür Ich habe 2 1 zum aufmachen und einen für notfall falls ich den anderen esse Nachdem man aufgemacht hat Ja 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 Alles klar So jeder hat dann schon versucht er vor ein schlüssel wenn du stirbst oder er redet Durch ein portaflässt scheitert der versuch ok Ding ist stufe 22 lauter karte also auch hier kann man die stufe erhöhen Rang 1 stufe 20 rang 2 stufe 65 Ich habe versucht er nicht hoch und wäre es schon sagen So lange die brennen los gegner außerhalb des lichtes der blut verursachen erheblich mehr schaden und er leiden erheblich weniger schaden gegen außerhalb des lichtes also außer fern Diese fähigkeit um die blut an den zielwort zu bewegen oder die zurückzurufen solange die brennende blut an deinem charakter haftet verliert sie leuchtkraft wenn er getroffen wird Dadurch verkleinert sich der radius in dem die blut gegner erleuchtet die menge an verlorener leuchtkraft richtet sich nach dem verursachten schaden als prozentsatz der maximalen fp des charakters die leuchtkraft können kann durch das erschlagen eines blut elementars wieder hergestellt werden auch so ist wie manche information von bei gegner außerhalb des lichtes der blut verursachen erheblich mehr schaden also was bringen das dann müssen wir die ganze zeit vor uns weg hier packen oder was soll ich nochmal leben ich lese das schon mal ganz unten steht doch dann ist ja gut so ich kann das ding werfen ok wenn ich will man das macht von mir steht bei mir steht darüber aber ich habe knapp bei mir aber wir stehen knopf darüber irgendwie ja bei mir steht nicht ich weiß nicht was ich drücken warum das zu werfen das war schaden jena sind level 65 dort wir sind also wieder todmann aber das ist ein riesiges wie ich sehe ich gerade oder sprig an das focus meine tiere sind tot ein dickes ding die halten die machen mehr schaden halten weniger schaden wenn die nicht im richtigen druck da dachte ich warte ich muss meine sachen wieder geschwörter ich würde ich würde sagen wenn man ein gegner hat geht es nicht verkehrt der raten in die kug gegner leuchtet dass wir da nicht geld haben ja ich habe so geister wölfe glaube ich alle machen die ganze zeit kein problem zu überleben wirst du da geistergarten auf die haben mehrere schwenke dicken hier war ja wenn er getroffen wird schwächer irgendwie verstehe nicht so genau das weiß ich selbst mein gott daher kann dass wir uns gemeinsam wieder okay meine diener sind auch alle trotz kann ich schon wieder nur programaten haben aus irgendeinem grund als der teufel warum ich ja ja und frank ist das gut hat aber auf zu feiten die ganze zeit das ist ja irgendwas hält ganz schön was aus hier wir sind vierbeiniges fliehen hier in das Brotter ja ja, das machen wir nach der Zeit schon Probleme ah der hat wieder eines fallen lassen nicht alle aber stimme die ich erwartet habe das ist so komisch aus vor karte eine tür oder so ich kann hier nirgendwo hin ich bin aber steht mal die tiere rein das ist tot ich belebe das wieder ausgezeichnet die katten armee und tote katten haben die gäste ich habe keine katten geister katten ich habe ich habe meine tieregarten die feuerwälder eingeschickt taktischer rückzug nein ist irgendwann zu meinen tieren ja naja und gefällt mir hat es doch das stück mir sofort wieder belebten respawn nehmen das der feuer dinge auf die ich habe einfach nur namen sam ja gerade gelesen wer ist denn ja sam welches tier fehlt mir meine katze noch katzen warum geht denn jetzt schon wenn ich war ja meine auch so dass man ihren es mächtiger mehr ruhen panzer der hoffen plus zehn stärke oder so nicht schlecht dann gucke ich mir gleich an machen wir die spinne denn so gut die tode was machen die kapten das ist gestört das ist merkwürdig aus das animation wurde da gefeuert an der stelle das ist eine dina wieder beheben der fahrt hier zwei gifte meine diener sterben ja auch häufig ich glaube den ist nicht aus 152 rüstung 19 prozent block 36 prozent erhöhter physischer schaden 45 prozent weniger erlitten in boden schaden durch kritische pfeffer ja ganz ja mal zeigen als das lila wird schon besser sein glaube ich ich bin es aber der rüstungs wert kann man aber machen okay ich sehe darum schon wieder zum magier ich war gar nicht stehe doch mein gott ich möchte ja nichts anscheinend nur halt schon wieder tot ich werde ihn wieder bringen so wirklich diese geister katzen ich habe keine ahnung meine sind schon mal nicht da ich habe keiner fliegt der geister katzen geben also ich habe nichts irgendwie hat die irgendwie spawnen glaube ich vielleicht nicht wirst du uns gegen stand oder so und sagen doch ich mache doch mal ein paar sekunden am leben alter hat aber auch wenn zu verrecken die ganze zeit ich habe ich habe nur die ganze zeit meine skills die sorgen dafür dass meine dina erhöhtere generation und erhöhtere leben dann eigentlich haben aber die sterben auch die ganze zeit die restliche die 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 du hast zum Beispiel auch nicht, woher ich den Schutz her habe, die ganze Zeit weg No, was ist das? Ach, jetzt können wir den oder der Kilder und wenn man nicht dieser Angriff ich bin tot äh, äh, was? ich bin tot aber da kann man ja nicht mehr weiter machen ich habe irgendwie lag auf dem boden könnte sehen wie du da auf der stelle läuft ja ich habe gerade so wie in der schule ich höre ich bin im ladebildschirm na Gott, da müssen wir später da zurückkommen aber ich würde gerne mal Cthulhuja probieren ich sage, da werden die jetzt hier nicht weiterkommen die verbindung zum spielserverlust verloren es ist wieder so weit, so immer gegen 18 oder so ist das ja von blitzen angegriffen ja sie bitte ja 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 schon wieder gegen die kämpfen gibt es doch ja wenn ich jetzt sehr viel schneller drauf gehen das heißt wir sind ein wenig stärker worden sollte man fein wenn man jetzt jetzt sind wir wieder da ist ob es da war mein tier tun die auch früher einfach wenn sie trifft tut mir weh so gut ja ist unpredictable ich habe versucht alle von 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 keine antwort aber so mal ganz noch mal ich habe ein ganz gutes gefühl ich auch wir alle ja genau in dem ton so jetzt durch da ich weiß ob man die tentakel angreifen muss da wusstest du auch schon vorher okay da ist der weiße kreis verlaufen da ist er auf sensory overload hier er gehört an die tentakel greifen an dann greifen die dann noch mit noch was anderem an aua jetzt greifen noch mit seiner schwere an alter ich bin gleich tot es gibt nicht irgendein Ort wo der Mann nicht eintrifft ich habe einen Tag eingesetzt da habe ich noch nicht an wundern nahe meine skorpion meine krieg sind draußen diese unfähigen besser also damit trainiert werden ganz ehrlich aber das ist ein drang der fröhliche diese ferien der menschen spielschaden aber der betreibt sein das ist nervig ich bin tot na es ist das ding wieder feuer ich gehe und da geht wissen sie mal jetzt hier ja es ist ja viel wasser ein paar gegner vier tränke irgendwann angreifen wird bestimmt was man da machen muss ich einfach nur überleben da ist wieder so ein ding in der mitte mit so einem mond und der mond sieht man muss ja einfach nur überleben ja das war nicht so einfach und ob wir ja durch die gegend kein problem schon fast voll ich habe schon wieder war ganz schöner sprung der entschuldigkeit ja auch der hat sich die enteilt den tag ich habe keine ich bin gleich tot ist ja irgendwo ein zwang naja kann man immer so krass ein bisschen extrem hier sind zehn aber über den 20 mal stärker gibt es ja nicht warte wenn wir so machen verbindung zum spiel verloren ich nur wüsste wie viele dinger sind wir in der nähe jetzt sind zwei am rennen musst du machen wir können nicht mal still stehen ich dachte die toten werden stiller du weißt den weg dann die müssen zu mir wenn ich ganz unbedingt haben was ein wunderschöner wald mal du bleib mal stehen nein würde meine tiere wieder kidnappen ein goal meine ich der schließt durch den kampf an ok töte der sturm käfig als mal gerne was hat denn für ein extra band von im insekt ich leuchte lila jetzt nicht mal jetzt wieder ich habe so viel traumensaft getrunken und er gleitet einfach in den bohnen das ist mir auch mal in fallout 4 ja ich war dabei du weißt du hast du ein tobes feld oh oh so ein haustier mit so einer kanone am rücken so 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 diese kämpfe bei neuem achte legal so auf deine grütze auf mich zu schießen jetzt kommst du in meinen seelensack war aber meine maler sind immer im minusbereich wir haben eine strahlen gerade überkreuzt ich habe hier eine gruppe die ganze jetzt und ich mag es immer wieder so ist tot ja daneben kollege für ich will zum essen einladen oder so wird mit dem boss beiden erledigen müssen er kommt so eine war wieder nicht gebraucht sein von mir aus dem teile ich das mit ihr das ist der ganze aus dem zürcher geworden da bekannte die meisten fest davon gar nicht gebrochen Das war doch wie ein Diablo auszudern, ne? Ich weiß nicht, ich hab da das Glück oder so. Ich hab auch über diesen blöden Strahlen, ich war auch fast tot, was sie haben. Müsst ihr, was mein Gemäck ist, euch zu töten? Ja, irgendwann fließt eine Vegapunk hat die Wahrheit veröffentlicht, bei der ganzen Welt gegenüber. Welche Wahrheit? Das ist seine Todesmessage, die er da aufgenommen hat, als er stirbt, wird die ganze Welt übertragen. Naja, anscheinend die Welt von One Piece wird untergehen. Wort Deutschlich, also. Untergehen im Sinne von unter Wasser. Na. Na. Der hat gesagt, die Welt wird im Meer versinken. Der hat doch nicht erklärt, warum. Damit hat der Chapter geendet, aber die Weltregierungen scheint verbirgt. Der Meerespiegel steigte da irgendetwas, jedenfalls wenn alle im Meer versinken. Ja. Also wie ein ganz schönes Impact. Dann lösen die Leitung auch, ne? Ja. Da haben viele theoretisiert irgendwas. Viele freuen sich, dass ihre Theorie richtig war. Es gab ein paar kleine Hinz im Laufe der Zeit, dass der Meerespiegel steigt. Ja, Juni, Jahr, Jahr wird das Meer immer höher. Ja. Da gab es ein paar Hinz im Manga, ja. Aber nur so nebensächtliche Anspielungen, dass da kaum jemand beachtet hat. Zum Beispiel in Wano Kuni waren. Weiß ich nicht. Da gibt es den ganzen Bereich von Wano, der unter Wasser liegt. Der war vor 100 Jahren, war der noch nicht unter Wasser. Jetzt ist der unter Wasser. Da sind dann mehr ganz schön angestiegen, als das sei der. Oh Gott. Was tun denn? Da sind so viele Gegner. Ah. Oh, so viele Gegner können das auch gar nicht sein. Oh mein Gott. Mami. So haben wir auf einmal her. So sieht er dann Black Friday aus. Das ist nicht, wo die auf einmal hergekommen sind. Das ist nicht, wo die auf einmal hergekommen sind. Die haben deine Angst geworfen. Ja. Die haben deine Angst geworfen. Das war noch der Magier, nehme ich an. Obwohl irgendwie den seine Sachen bringt es auch nicht in seine Belohnungen. Wenn du da noch verzichten kannst, dann schnapp ich mir da. Das ist auch gar nichts. Nix. Nix. Nun. die dinge jahre bekommen ja ich kann ja nicht aussuchen hat für belohnung ich bekomme wenn wir lang jetzt auch gefahrungsbücher am boden ja ich kann mir ja immer so okay ja 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 das spiel deswegen bin ich abgehauen ja dann war der doctor sowieso nichts außer diese blöden dinger hier sehr experimentellen die besser sind er macht mich glücklich und da habe ich ihn gewonnen keine belohnung ok ich habe nichts geschieht ich habe ich weiß nicht was das bedeutet ok warum regnet es hier blut warum liegt der stroh die haus wie die halle ja ja das bin ganz normal mal die habe ich die halle die 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 Das ist ein Ding. Oh ja, ich kann schon mal raus. Ja, ja. da war aber ein paar aber das klingeln Das ist ein Dichter. Oh, das ist ein bisschen in Norden und Downer, hier. Ah, das ist noch so ein Chariz. Oh! 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 Ich habe eine Locke versucht. Ich habe eine Nachricht. ja ja was gerade weg hier oh 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 Dragon Ball Super so weiter gehen ja hab ich gehört ja nur ein manga sind ja schon weiter da sind wir schon die axa soll irgendwie besser sein die da kommen werden wo ein bisschen gut ja ja dass man dieser fanfiction serien das ist im manga passiert gohan beast mode gegen gohan buch und trainiert die haben sich nicht bekannte das der punkt erreicht dazwischen nach dem turnier der power da ist ja so viel noch passiert ich habe ja gar nicht kennen irgendwie von dem obwohl eigentlich nach den ganzen zweiten mal super wir sind ja eigentlich kennen das kennen ja rohlich da oder bei der guckt zu na ja trainiert dann schon mit bied ist auch also warum denn nicht aber was betont nein oh gott warum lese ich ja so normale typen namen hier manchmal hat denn er nicht so ist er da sagen er ist verband der mann ja dann ich würde sie haben wir hatten grün schild hinterlassen dem will ich haben dass ich da gefällt sein ja ich dachte du willst das wirklich haben weil der hat nein jetzt nicht so weg ja ja gibt es gibt es einfach nicht ja du bist eigentlich warum hältst du so viel aus geht doch betrug boah übernimmt keine verantwortung wenn du sterben dann fehlt mir wir bezahlen katze kostet alles so viel mana die zu beschwören so naja naja was kann ich wünschchen wollte wo willst du liegen bin man hat am skillen was nicht was gilt das ist mach ich gleich hm 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 bei mir ist der balken jetzt weg und rechts wir sind ja doch stabilität jetzt sagen wir da oder wo wir jetzt auch es ist kein teil der mission mehr da war aber es hat was dieser ring wenn du die weltweite bleibe im kreis und das leuchtfeuer aufzuladen alles klar kommen wir rein in den kreis mit mir ich will nicht in den kreis befeuert auf in den kreis im kreis dann wird es jetzt kommt die riesen oh gott oh gott sagt gott ist das schlecht ich glaube das hätte die gegenden das ding wird jetzt ja gleich explodiert oder ich habe gewonnen und jetzt sternt herren dank dass er mich gerettet hat und jetzt stehe ja naja helm der ein bisschen besser ist mit mir leben in der mensch man könnte euch mal für deutsch oder englisch entscheiden also nicht schlecht nämlich stehen ja lieber ja damit ja aber nicht nein ja 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 weil es hat verkauft ist ein roter stern bei mir nebenhand katalysator legendär war das im totenkopf vielleicht vielleicht was für dich obwohl da ist nichts irgendwie ja ich habe auch einen totenkopf aber ja 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 ich habe ja nicht ja jetzt sind naja, und ich auch gerade du gehst hier durch oh truhe Oh Oh wir haben noch gar nicht leute vorher ja immer noch arbeiten nach zwei über ich ein gott ist der weggefahren von dem wirtschlag wer da war fertig und jetzt gehe ich Keine Belohnung